Dieses Gerät vereint alle Funktionen eines praktischen Radioweckers mit denen einer Überwachungskamera. Der Wecker kann sie zum Beispiel sanft mit Musik wecken, die Uhrzeit an die Wand werfen und er macht auch auf dem Nachttisch einen guten Eindruck. Doch wenden wir uns der Videoüberwachung zu. Per Bewegungserkennung oder mit einem Knopfdruck auf die Fernbedienung startet das Gerät die Aufnahme. Hier sehen Sie jetzt das Bild der Kamera in einem Raum, der nur mit Tageslicht erhält ist. Nun ist eine Deckenleuchte dazu eingeschaltet. Zum Abschluss noch eine Situation mit sehr wenig Licht. Auch hier sind die Details immer noch gut zu erkennen.